Mein Name ist Nadine Jappers von Weiersdorf aus Hamburg und ich bin verantwortlich für unser Talent Relationship Management und fülle unsere Talent Pipeline. Wir sind auf der Suche nach Talenten für unser internationales Trainee-Programm Beyond Borders. Da ist ein Einstieg möglich im internationalen Marketing, im Supply Chain oder im HR und danach suchen wir heute hier Talente. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es hier eine sehr, sehr gute Ausbildung gibt, also dass es eine sehr gute Mischung aus Theorie und Praxis gibt, dass sehr viele Business Projects angeboten werden, die wir in der Vergangenheit auch schon mal unterstützt haben. Und wir haben einige Trainees von der ISTP eingestellt und deswegen sind wir sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Besonders gut finden wir, dass wir einmal die Möglichkeit haben, am Messestand präsent zu sein, dass wir auch Interviews angeboten haben, sowohl für Praktika als auch für das Trainee-Programm und daneben beim Speedfruiting noch präsent waren, wo man nochmal die Möglichkeit hatte, uns in wenigen Minuten auch nochmal kennenzulernen und nochmal die Fragen zu platzieren. Das Besondere ist, dass wir einfach in den Case Studies, die wir anbieten oder in den Business Projects, immer wieder die Möglichkeit haben, ganz engen Kontakt zu den Studenten zu halten und aufzubauen, die Bedürfnisse an Unternehmen von Studenten wahrzunehmen und darüber dann auch Kandidaten für unsere Einstiegsprogramme hier zu finden.